Aber hatten wir jetzt eigentlich nicht noch einen passenden? Okay, müssen wir jetzt das Ganze wieder komplett von vorne machen? Ja, wir müssen jetzt deshalb wieder von der ersten Ebene anfangen Das ist ja jetzt so blöd Aber das war jetzt irgendwie zu erwarten Der Wind ist reißen Böse, aus dem Böse! Das einzige, was wir jetzt bei dieser Schwarmkatastrophe machen können Ist natürlich zu versuchen, so schnell wie möglich hier durchzuspeeden Was aber jetzt an der Stelle auch nicht gerade so gut funktioniert Okay, wir müssen wirklich versuchen, irgendwie so schnell wie möglich hier durchzumarschieren Durch Ebene 2 sind wir ja sowieso schon ziemlich schnell gekommen Can I have fun this time? Time for a buzz Stay the course That'll take more than that time I'm not afraid of Hide I need to be Annihilate Das ist preocup Let's euch auch I need to Ich nicht Dann Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Mal sehen, was können wir jetzt der Sack hier machen? Ein neues Ereignis, also. Die traurende Höhle hält dich seit einer Ewigkeit gefangen. Deine Haare sind zerzaust, dein Blick träge, käme dir jetzt jemand zur Hilfe. Wer warft dein Erlöser? Während du drüber nachdenkst, ob du ein Schild anfertigen solltest, dass du auffällig wie Leuchtfeuer fahrpasse ist, hörst du ein uraltes und wunderschönes Lied. Ein Lied zu erfrischend wie der klare Regen beruhigt deine Seele wie eine Kanne Honigtee. Es ist unsere Ehre, eine so unerschüttelte Seele wie die Deine zu sehen. Wir sind die Ritter der Schönheit und wir werden dir unsere Leidenschaft mit unseren Speeren zeigen. Du hörst das Klirren von Rüstung und bist von einem blendenden Licht umgeben. Dort vernimmst du das Geräusch eines landenden, großen Luftschiffs. Während du immer wieder das Bewusstsein verlierst, kannst du nur wahrgehören, wie sie darüber diskutieren, wie sie sich retten sollen. Aber die Unterhaltung dauert sehr lange. Sie überschütten dich mit Lorbeeren, bevor sie sich erforschen. Nachdem sie dein Problem analysiert haben, bieten sie dir dutzende gezielte Lösungen an. Mal sehen. Gut, drei Segen der Zerstörung, bitte. Tja, der Ritter lobt dich. Ah, die Hilfe von Argenti, dem Ritter der Schönheit annehmen. Du wendest dich ihm zu, aber du wirst unmöglich, bevor du dein Gesicht sehen kannst. Als du wieder vor dir kommst, wirst du von den Rittern umgeben. Nachdem sie sich aus der Gefahr gerettet haben, zögern die Ritter der Schönheit, dich zu verlassen. Sie halten dich für einen ergebenen Anhänger der Äonen. Ein Ritter der Schönheit beschließt sich, den Geist der Schönheit zu lehren. Ich hoffe, du glaubst an Idrila, sagt der Ritter der Schönheit erfürchtig. Also, nicht wirklich. Gut, hoffen wir jetzt einfach mal, dass es jetzt ein bisschen schneller geht. Aber eigentlich sieht das doch jetzt sehr recht vernünftig aus. Zeit für ein Bun. Als easy as that. This combat needs up- This is double speed. That'll take- I need to- Annihilate. Steak back, Clara. Gut, wieder mal in der Gelände. Gut, dann rücken wir weiter mal fort zum Schwarm-Boss. Dann also mal wieder der Wächter-Shuttle. now in front of your enemy. One hundred percent breaks! I want to protect everyone, too! Help me mess your schweiler! Hmph. Just a little something. Think nothing of him. Good as new. Franz won't help you! Trickier to crash. Time for a bun. I'm okay. The wind is rising. Bolt! From the boat! Target threat, hide. Their redemption. More enemies. Time for a bun. For your sins. I'm okay. Stay the course. Time for a shot. Thank you, Kama. Hold your breath. Exeguate the duck. Stay back, Clara. I want to protect everyone. Tell me that's your Torah. Can I have time for a bun? This combat... This is double speed. So, and now this first level would be ended. So, weiter geht's. Ebene 2. Aber wie ich Ebene 3, er sagt, schaffen soll, da muss ich jetzt also wirklich ein bisschen überlegen. Tja, der Monsterabwehr-Regenbogen. Eine gute Idee schon mal von unserer Seite her. Aber wir bräuchten jetzt, ist aber am besten Willen eher. Resonanz-Kreuzung kann erst aktiviert werden, nachdem Fahrtresonanz aktiviert und danach drei Segen eines bestimmten Pfads erhalten wurden. Resonanz-Kreuzung. Wenn du drei Segen eines anderen bestimmten Pfads hältst, wird Resonanz-Kreuzung ausgelöst. Du kannst den Effekt der Resonanz-Kreuzung auf der Registerkarte von Fahrtresonanz finden, wenn du einen Pfad auswählst. Okay. Okay, wie es zu erwarten war, der Schwarm wird jetzt aktiver. So, und jetzt kommt also mal wieder so eine blöde Kampf-System-Sequenz. Ist zwar jetzt beim besten Willen auch ein bisschen übertrieben, jetzt den Kampf zu wahren. Oh, wow. Okay, die beste Idee war, dass jetzt der Sack wirklicher Sack jetzt denn nicht Diesen Kampf zu bestreiten, aber Was soll's Ich rechne mir jetzt auf jeden Fall hier gute Shops aus Die Zubahr' sie clickbait. Das ist ein Bis zu können. Und ich behalte die Menschen. Die Zubahr' sie. Die Zubahr' sie nicht. Sie kommen zum Teil des Mindestes. Die Verkaufel ist ein Abenteuer und Sieg von den Sack zu gewinnen. Sieg von zu 100. Zeit für eine Funktion! Bleib auf den Kurs! Gale Force! Wir müssen berühmt werden! Schau! Ich will, alle zu beschützen, die sich in deinem Fall beschützen! Ihr solltet zurück! Gut, dieser Kampf wäre damit beendet. Und dann kommen wir jetzt also wieder zu dem hier. Okay, wie konnten wir da jetzt, der Sack verfehlen? Also auf jeden Fall müssen wir versuchen, auf jeden Fall mehr Schwächebrüche bei den Gegnern zuzufügen. Was so viel bedeutet, wir müssen der Sack versuchen, den Schwarm der Sack mehr zu hacken. Und wenn wir natürlich das Ganze ein bisschen schneller machen... ...müsste das ja natürlich auch klappen. Ja! Ja! Gut, aber auf jeden Fall ist das jetzt noch eine Sack. Die Schwarmkatastrophe, das Ende doch auch. Und hier hatten wir doch eben das gleiche gemacht, wenn ich mir recht entsahne. Praktikatorget? Die Schwarmkatastrophe, das ist gut. 100% Waffe! Tremble before my power! Skate back, Clara. Tja, auf jeden Fall wird schon ein bisschen früher den Schaden jetzt neu eingearbeitet. Alles klar, Herr Toruk. Hmph. Time for an overhaul. Stop. You won't get away. Target threat eliminating threat. You are doomed to fail. Mission Command. Not time. Okay, die zweite Runde mit Bronja kommt also so gleich. Dremble before my power! Freeze to death! Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. I want to protect everyone too! Help me, Mr. Tora! Stop! It's your command. This will be your burial ground. It's your command. Time for a shot. Time for a buzz. I have something for you. You won't get away. Judgment of eternal winter! I'm okay. I'm okay. I'm okay. Target Threat Index, Lord. Annihilate. Okay, so wie es aussieht werden wir wohl jetzt anscheinend wieder gleich. Hm, wir werden von uns dann gleich wieder Himiko verlieren. Und vielleicht können wir das ja auch noch verhindern. Hm, wir werden von uns dann auch noch verhindern. Und vielleicht können wir das ja auch noch verhindern. Und so wie das eigentlich aussieht, könnten wir das ja auch noch verhindern. Not an unknown exception. Dremble before my power! Freeze to death! Ah! 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 Okay, diese 21... 16% sind dieses Jahr sagst du... Wirklich unschön jetzt! Aber gut, diese letzten 4% kriegen wir jetzt also mit Himikos. Ultimate... Oh nein, immer noch nicht weg! Das ist Double Speed! Okay, ich bin okay. Zeit für einen Schuss. Ich will mich befreit! Ich will mich alle schützen! Hilf mir, Messer Tora! Okay, dieses Mal haben wir auf jeden Fall den Kukulia... ...Kampf ungefähr hingekriegt... ...Dass wir niemanden jetzt in dieser Runde verloren haben! ...Fraise to death! Feel the freeze! I'm okay. It's in comparison. Time for an Overhaul! Ha! 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 Na! 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 Okay, dieses Mal haben wir es hingekriegt, ohne Himeko zu verlieren. Gut, der Glückskleber ist jetzt sogar auch zerbrochen und wir rücken fort zur Ebene 3 wieder, wie eben. Tja, hoffentlich kriegen wir jetzt das große Mistvieh gleich erledigt. Hm. Tja, mehr gab es jetzt leider beim Kuriositätenladen jetzt nicht zu kaufen für uns. Schade. Bedauerlicherweise können wir, sagt, auch nicht schneller hier vorankommen. Okay. Can I have fun this time? Time for a bun. Time for a shot. Now time. That'll take him. You won't get away. Okay, das sieht doch jetzt, sagt ziemlich gut aus. Gut, dann erhöhen wir jetzt auch noch unsere Verteidigung. Das ist jetzt, sagt, auch noch wichtig. Eine erhöhte Verteidigung kann uns, sagt, auf jeden Fall am Ende, sagt, auch im Sieg bescheren. Time for a bun. Stay back, Clara. I'm okay. Now time. Time for an overhaul. You won't get away. Target threat index. Hide. I'm not afraid of you. You took the bait. Can I have fun this time? Time for a bun. Auf jeden Fall die bisherigen Kuriositäten, die ich jetzt aktiviert habe, und Sägen. Sieht sehr, sagt gut aus. Sieht auf jeden Fall ziemlich gut jetzt aus. You won't get away. I have something for you. More enemies. Time for a bun. That'll take me. I need to be brave. Annihilate. I'm not afraid of you. Eliminating threat. You won't get away. You won't get away. Man wiederholt sie zwar jetzt hier ständig, aber was soll ich hier, Herr Sack, dazu sagen? Wir waren ja, Herr Sack, ja schon bis zum Boss. Ja, voll... Oh. Äh. Ja, hier, das war jetzt, Herr Sack, selbst mal ein Fehler gewesen. Ich hab jetzt einfach nicht drauf geachtet und hab jetzt, Herr Sack, die Rast... ...zu einen verdammt blöden Kampfraum umgewandelt. Das braucht doch jetzt und wirklich, der Sack, niemand hier. Ansonsten meine Ultimates, die brauche ich jetzt in der Sack auch noch für die nächste Runde. Tja, auf jeden Fall, die Sägen sind jetzt auf jeden Fall richtig eingestellt, wie es aussieht. Da denke ich jetzt einfach auf, wir belassen es jetzt bei der Gruppierung. Ach, verdammt nochmal. Planare ist durcheinander, jetzt sind die, Herr Sack, noch stärker. Praktis-Target? Verwärts! 100% schnell! I want to protect everyone, too! Help me, Messer Tora! Perhaps you still don't... Humanity never conceives its desire to control the heavens, and I'm no exception. This combat needs... Hmph! This is double speed! Are you alright? I'm okay! Is your combat? Trickier to crash. Time for a buzz! Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt auf... auf jeden Fall versuchen, ziemlich viele Insekten auf einmal zu erledigen. Und dann, Herr Sack, auch nicht den Bruchsschaden hinzukriegen. Oder besser gesagt, den Explosionsschaden. Time for a buzz! Time for a shot! Now, time! I have something for you! Und dann sehen wir auf jeden Fall, was gleich passiert. Wir haben auf jeden Fall schon ziemlich viele Buffs hinzugefügt. Wobei es natürlich jetzt besser gewesen wäre, hätten wir, sagt noch, anstelle des physischen Schaden, Eher einen Feuerschaden hinzugefügt. Also das wäre ja zum eineniges besser gewesen. Und jetzt kommt der ist auch noch die Tai-Long. Und jetzt kommt der ist auch noch die Tai-Long. Oh, Runde 2 beginnt. Oh, nee! Oh, nee! So ein Messer, das klappt doch jetzt nicht mehr. Und dann nochmal, jetzt müssen wir Vsauce gleich die Runde nochmal wiederholen. Oh, nee! Oh, nee! Time for a buzz! It should come back. It should come back. Stay back, Clara. Are you alright? I'm okay. That's better. Stay back, Clara. I want to protect everyone. Help me, Messer Tauruk. Huh. More enemies. Time for a buzz. It should come back. This combat needs optimizing. This is double speed. This is double speed. Eliminating threat. The last phase of the ultimativen Zell-Teilung. The last phase of the ultimativen Zell-Teilung. I don't know how it's going to protect everyone. Help me, Messer Tauruk. Gehenzai Ok, wenigstens halten wir jetzt ein bisschen länger durch nach diesen Ultimates Tja, das ist jetzt wieder nicht gerade sehr gut Das funktioniert, da sagst du überhaupt nicht Ich glaube, wir müssen der Sack hier bei unserer Strategie jetzt wirklich extremst neu anpassen Ja, wir müssen unsere Strategie jetzt hier wirklich extremst anpassen Weil so funktioniert es ja leider nicht Da ist die Schwarmkatastrophe jetzt, da sagst du, ein bisschen zu heftig Hm, da ist das Ganze jetzt wirklich, er ist ja leider ein bisschen zu heftig geworden Dabei haben wir doch jetzt bloß noch einen Modus übrig hier Vielleicht müssten wir aber jetzt wirklich uns drauf und dran machen, Lynx einsatzbereit zu kriegen Sie ist immerhin ein Quantenheiler Und wäre dann eigentlich am Ende sinnvoller Als Natascha Aber was bräuchte ich da jetzt noch, um Lynx einsatzbereit zu kriegen Der Lichtkegel müsste verstärkt werden Noch ein bisschen mehr das Level Tja, die Spuren Müssten an sich ja auch ein bisschen mehr Spuren Oder ich müsste am Ende, sag doch, was komplett anderes mal probieren Okay, noch gebe ich der Sack hiermit nicht auf Noch gebe ich der Sack hiermit nicht auf Wir werden der Sack jetzt ein bisschen schneller sein Wir wissen natürlich jetzt, wie das Ganze funktioniert Es war vielleicht, ehrlich gesagt, sowieso von vornherein auch ein klitzekleiner Fehler gewesen Und dass wir aus Versehen die Rast In ein Kampffeld umgewandelt haben Na, wieder muss ich Ebene 1, ist der Sack schnell beendet Vielleicht sollte ich aber das Sack auch mal lassen Ich muss ja beim besten Willen, der Sack ja nicht jede Ebene Oder nicht jedes Gebiet umwandeln Das ist ja beim besten Willen nicht notwendig Das ist ja beim besten Du hast du den Bait Time für ein Bait As easy as that Naughty child I need to be brave Hide Ich bin ein Kampffeld Oder wir müssten dann jetzt, sag mal, was anderes ausprobieren und mehr Segen vielleicht uns besorgen. Okay, drei verängstige Sequenzen. 100% schnell! Am Ende vielleicht uns bescheren. Bleib zurück, Clarence! Du hast das Bait genommen? Bleib auf den Kurs! Naughty child, napkind! Annihilate! Ansonsten müssen wir uns auch darauf achten, auch die Zerstörungssegen weiterzukriegen. Das ist jetzt natürlich auch noch viel wichtiger. Ja! Trickgeared, this combat needs optimizing. Hmph! This is double speed. The wind is rising. Boat! From the boat! I want to protect everyone! Help me, Messias Forak! Time for a buzz! Spirit never jail for it! It should come back! Time for a shot! You need to be brave! Eliminating threat! Time for a buzz! Stay the course! That'll take now time! Nope! Time for a buzz! You need to be brave! Hide! Wait. Stay back, Clare! Gut. Das war jetzt wenigstens wieder mal einfach! Okay, da haben wir jetzt wenigstens mal was Neues wieder. Wenigstens jetzt erstmal, obwohl an der Stelle hatten wir dann noch nie gegen Kukulia gekämpft. Das kam erst mit Ebene 2 herbei. Das war's für mich, Herr Toruk. Trickier to crack. Time for a pun. Spirit never dies. This is double speed. It should come bad. Are you alright? I'm okay. Not a freak. Annihilate. The wing more than medicine. From the blue. Can I have fun this time? Time for a pun. To the class. Naughty child. Thanks. Eliminating threat. I want to protect everyone. Tell me, Messrsora. It should come bad. More enemies. Time for a pun. Time for a pun. Gale force. Now time. Hide. I should come bad. Stay the course. To the class. I need to be brave. I can take it. Just a little something. Think nothing of it. Thank you, comrade. Time for a pun. Time for a pun. This is double speed. That'll take more than nothing. The wind is rock. From the blue. Now time. Can I have fun this time for a pun? The spirit never dies. I'm okay. That's better. Thanks. Eliminating threat. Huh. More enemies. Time for a pun. Nice. Okay, more kosmische Fragmente jetzt zu uns. Tja, diese Ebene wäre beendet, aber wir haben, er sagt, noch nicht den Segen an Nux erhalten. Das ist jetzt problematisch und leider wird es jetzt, er sagt, auch so sein, dass als nächstes Jahr Kukulia kommt. Okay, wir bräuchten Kuriositäten. Okay, wir bräuchten Kuriositäten. Gut, es war jetzt also auch nicht gerade so viel, aber das ist jetzt wenigstens das Einzige, was er sagt, machen kann. Es war jetzt also auch ein Fehler, dass wir jetzt auch wenn die Elite Segensparschweine jetzt nutzen. Aber wir brauchen jeden kleinen Boni, den wir kriegen können. Egal wie Null und Nichtig, der jetzt erscheinen mag. An der Stelle müssen wir das jetzt nur mal wagen. Annihilate. Stay back, Clara. Time for a bun. Stay the course. To the cloud. To my heart's content. I need to be breathed. Hide. I want to protect every- Help me, Messer Toruk. Spirit never dies. Gale Force. The wind is full. From the blow. Naughty child. Nap time. Eliminating threat. Your life's gonna be fine and vain. I should come back. Huh, more enemies. Time for a bun. Stay the course. Annihilate. Grass of nature. Gut, dann haben wir das jetzt wenigstens überstanden. Das Segenssparschwein haben wir erhalten. Okay. Okay, das waren jetzt, sag, viele Segen, die ich jetzt, sag, leider falsch eingesetzt habe. Tja, wie es jetzt eben zu erwarten war, der Schwarm kehrt zurück. Die Schwächen, die wir den Gegnern zufügen können, werden jetzt verdammt nochmal rausgeführt. Gut, an der Stelle hatte ich hier gesagt, beim besten Willen... Erst einmal was getrunken und die Vorspul-Mission, also das Vorspul aktiviert. Tja, ich will wenigstens hoffen, dass Versuch Nummer 3 jetzt was bringt. Das combat braucht optimistisch. Okay, das wird jetzt, sag, wieder zu viel. Aber eigentlich wird hier aktuell wirklich alles genauso gemacht, wie es sein soll. Okay, das müssen wir jetzt aufgeben. Ich will, sag, nicht nochmal den gleichen Fehler machen. Tja, verdammt nochmal, ich will, sag, nicht den gleichen Fehler machen. Aber was machen wir jetzt hier am besten? Das wäre jetzt immerhin eine neue interessante Wahl. Ja, das wäre jetzt auf jeden Fall eine interessante Wahl mit Schinke. Okay, das ist jetzt doch euer Sack, nicht euer verdammter Ernst. Das ist doch jetzt der Sack... Okay, wir müssen beim besten Willen, Kafka jetzt herausfordern. Aber das ist jetzt auch total blödsinnig. Moment, hat der Sack jetzt Kafka irgendwas bei Yukon gemacht? Äh, nein, wir sind ja, sag, jetzt aktuell immun gegen Debuffs. Das ist ja, sag, nicht wahr. Naja, aber Phase 1 von Kafka ist beim besten Film der Essek auch noch nicht so schwierig. Es wird erst ab Phase 3 Essekritus. Okay, jetzt wird's... oh nein. Verdammt nochmal, jetzt bist du wieder diese Option gekommen wie damals. Nicht so fast. As your command. Time for a buzz. Thanks. I'll never forget you. Are you alright? I'm okay. Stay the course. Galeforce. The wind is rough. From the blue. Can I have fun with this? This combat me- This is double speed. Time for a shot. That's better. Good as new. Don't be scared. Zoning out. I can help. Stay back. Just a little something. Think nothing. Good as new. Watch your face. Target's eliminating threat. Spirit never dies. I want to protect everyone. Holy Messiah! Theta-Lex bis jetzt will er sich auch wieder ein bisschen schlimmer sein können als zuvor. Also der Bossfight gegen Kukulia wäre jetzt auf jeden Fall er sich anstrengender geworden. Thank you, Comrade. Hide. Stay the course. Galeforce! Something for everybody. They should come back. I can take it. Stay back, Clara. Can I have fun this time? That's better. Hm. Just a little something. Think nothing, nothing. Good as new. Zoning out. I can help. Spirit never dies. To the clouds! I need to be free! The wind is rung! From the blue! I need to be free! Bye! I need to be free! I need to protect everyone! Help me, Mr. Taurak! Naughty child! Hm. Good as new. Okay, wir haben wenigstens einen klitzekleinen Effektwiderstand gut starten können Aber der Rest sieht jetzt eher sehr dramatisch aus Aber wir haben es wenigstens geschafft Okay, die Ebene hätten wir damit auch beendet Jetzt kommt wieder die kritische, letzte, dritte Ebene Aber wie wollen wir die jetzt, Sack, machen? Haben wir die Möglichkeit, der Sack, weitere Kuriositäten zu kaufen? Gut, mehr hatten wir jetzt, Sack, leider auch nicht Als Möglichkeiten hier Ja Und jetzt, wo wir die Sack Ja 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 Tja, so optimal war das jetzt auch nicht. Okay, das dürfen wir jetzt nicht aktivieren. Moment, wieso haben wir jetzt schon so viele Störungsstufen? Okay, das ist schon so viele Störungsstufen. Verdammt! Never let your guard down in front of your enemy Moment, wo ist sie jetzt abgeblieben? Oh, ich bereue, dass er sagt jetzt gleich schon, dass ich das jetzt hier gemacht habe. Das war's. Nichts. Careful. This combat needs optimizing. Hmph. This is double speed. That's better. Good as new. Wait for the tiles. Watch yourself. Hmph. Just a little something. Think nothing else. Good as new. Can I have fun this time? Look at the draw. Please. And. Victory! Victory! The wind is rising. Boat! From the boat! Naughty child. Hmph. Thank you, Commod. Time for a buzz. Hmph. This combat needs optim- Hmph. This is double speed. Spirit never dies. Hmph. No. No. Ugh. Time for a shot. That's better. Thank you, Commod. Just a little something. Think nothing of it. Thank you, Commod. Chism strike. Hmph. More enemies. Gale force. Naughty child. Hmph. Tasty. The wind is rising. Boat! From the blow! Okay, die Strategie ist jetzt, äh, seit bisher noch nicht so ganz schief gelaufen. Can I have fun this time? Time for a buzz. Hmph. Okay, so ganz schief gelaufen ist die Taktik jetzt noch gar nicht. Maybe. Hmph. Hmph. Just in time. Hmph. Das sieht ja. Sagt aber alles nicht gut aus. Hmph. Okay, Wiederherstellung muss erstmal startklar sein. Time for a shot. Thank you, comrade. Use him a strike. Time for a buzz. The wind is rising. Bolt! From the boat! That's better. Thank you, comrade. My turn. Wait for the tiles. There you go. Just a little something. Think nothing of it. Good as new. This combat needs optimizing. This is double speed. Okay. Gale force. I'm okay. Luck of the draw. Please. And... Victory! That'll take more than medicine. Nap time. Choose him a strike. Can I have... I'm okay. Spirit never dies. Ni- I've sold you a things. Just a little something. Think nothing of it. Thank you, comrade. Die Frage ist doch jetzt, sag ihr ja, welcher Treustachel soll denn jetzt hier überhaupt angegriffen werden? Die Frage ist doch, sag ihr? Also ganz richtig funktioniert. Und wenn man das abonnieren tut, dass er sagt, jetzt leider immer noch nicht. Wir hätten ja so kurz wahrscheinlich doch eher ein bisschen mehr darauf achten sollen. Was für Bugs wir jetzt am Ende haben. Gut als Neue. Kann ich dieses Mal Spaß haben? Zeit für ein Bugs. Oder war es jetzt eher der Fehler, dass wir, er sagt, den großen Käfer jetzt leider nicht angegriffen haben? Wie es vielleicht besser wäre. Tja, so oder so kommen wir, er sagt, damit jetzt, er sagt, nicht weiter, wie wir hier sind. Da brauchen wir, er sagt, eine bessere Strategie jetzt. Andererseits... Hätte ich, er sagt, so gesehen, ja auch schon eine klitzekleine Strategie, wie ich das ganze, er sagt, schaffen könnte. Allerdings muss ich bis dahin auch nochmal ein paar Vorbereitungen treffen. Hm, bis dahin muss ich, er sagt, auch noch ein paar Vorbereitungen treffen. Alles so gut, dann würde ich jetzt erstmal an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Auch wenn wir bisher nicht gerade sehr viel bei der Schwarmkatastrophe erreichen konnten. Aber ich habe jetzt, er sagt so so vor, die Level meiner Charaktere noch ein bisschen anzupassen, noch ein bisschen zu verbessern. Tja, und dann, vielleicht klappt es dann ja. Wollen wir auf jeden Fall mal abwarten. Bis dann und schau, bis dahin. Obwohl eigentlich, ist es ja jetzt eigentlich überhaupt noch nicht das Ende gewesen. Naja, das Ende ist es ja eigentlich immer noch nicht so gewesen. Aber wie dem aus sei, ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal was vor. Wir kriegen jetzt sowieso auch mehr Materialien. Aufgrund des Garten des Überflusses. Und wenn wir das erstmal hingekriegt haben und unsere Charaktere weiter gelevelt haben, müsste das Endergebnis doch ein bisschen besser werden. Und damit sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.